Ja, zu den Räumlichkeiten. Also die Ausstellung spielt sich im Großteil in der oberen Ladenstraße ab. Es gibt aber unten auch drei Ladendokale. Richtig, ne? Genau. Wir haben eine Frankfurter Künstlergruppe, die hier vorne in einem, in dem Pavillon eine eigene Kunstinstallation durchführt. Wir haben hier rechts in der ehemaligen Galerie Pieper, haben wir verschiedene Videoinstallationen aufgebaut. Und es gibt auch verschiedene Crossover-Geschichten aus Skulptur und Video, die also sehr spannend und interessant sind. Insgesamt präsentieren wir Malerei, Skulptur, Plastik, Druckgrafik, Fotografie, Video- und Computerkunst. Und eigentlich würde ich jetzt gerne die Künstler und die Kunst sprechen lassen, weil wir haben soweit eigentlich zur Basis genug erläutert. Wenn Sie noch Fragen haben, Herr Klose. Das ist klar, dass wir können die Projekte.